Im Jänner 2016 finden die Pre-Games des Special Olympics World Winter Games in Graz, Schladming und der Ramsau statt. Marc Angelini spricht mit uns über seine Tätigkeiten als Geschäftsführer. Mein Aufgabenbereich liegt in der Geschäftsführung, im operativen Bereich. Ich bin für alle operativen Bereiche zuständig. Die Planung ist eine große organisatorische Aufgabe, welche das ganze Team vor schwierige Hürden stellt. Wo fängt man an bei der Planung? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Planung hat im Prinzip begonnen bei dem Ausfüllen der Bewerbungsunterlagen. Ich glaube, wenn man die Bewerbungsunterlagen ausfüllt, dann muss man im Prinzip im Kopf auf dem Papier die Organisation durchspielen. Sonst kann man ja kein Budget erstellen. Das Erste war die öffentliche Stellenfrage. Was kostet das? Was müssen wir dazu beitragen? Das heißt, man muss vorher ein Budgetvorantwurf anlegen. Und da hat im Prinzip die Planung begonnen. Diese Aufgabe erfordert höchste Einsatzbereitschaft. Was ist deine Motivation? Oh Gott, was ist meine Motivation? Ich glaube, die liegt ins 1970er Jahr zurück, wo ich ganz einfach im Rahmen des Pädagogischen Institutes in Luxemburg eine Spruchtwoche für Menschen mit einer mentalen Beeinträchtigung mitgestaltet habe. Und ich habe doch Menschen kennengelernt, die so sind, wie sie sind. Wenn sie die mögen, kriegst du die Brühehaus mit. Wenn sie die nicht mögen, lassen sie die auch erfahren. Und das hat mich derart imponiert, dass ich ganz einfach heimgeblieben bin. Marc war bereits bei den Special Olympics 1993 in Schladming dabei und kann somit ganz deutlich die Veränderungen von damals bis heute sehen. Inwiefern haben sie sich verändert? Also ich glaube, 1993 ist uns damals mehr oder weniger in den Schoß gefallen, weil ganz einfach die Kollegen von Special Olympics International gemeint haben, wir in Österreich sollten erstmalig außerhalb der USA internationale Spiele für Special Olympics organisieren. Wir haben niemanden gehabt, den wir hätten fragen können. Wir haben niemanden gehabt, der uns hätte Auskunft oder Erfahrungswerte weitergeben können. Wir haben alles im Prinzip selber aufbauen müssen und waren froh, dass wir eigentlich eine gute Veranstaltung auf die Beine gesetzt haben. Aber nach ein, zwei Jahren haben wir gemerkt, was wir mit dieser Veranstaltung eigentlich erreicht haben. Ein erster Punkt war ganz sicher ein riesiger Schub für das sogenannte Gleichstellungsgesetz für diese Menschen im Parlament, was von unserem heutigen und damaligen Präsidenten Hermann Gröhl über alle Parteigrenzen dann schlussendlich zu einer Ratifizierung geführt hat, gepusht worden ist und zu einer Ratifizierung geführt wurde. Ein zweiter Punkt ist, sogenannte traditionelle Sportvereine haben ihre Türen für unsere Menschen geöffnet, was vorher undenkbar gewesen wäre. Der Inklusionssport hat dort seine Anfänge gehabt. Es war leichter, Sponsoren zu finden und die Medien haben qualitativ und quantitativ ganz einfach anders über unsere Menschen berichtet als vor 93. Und dadurch ist da irrsinnig viel in Bewegung geraten. Aber wir sind noch lange nicht am Ende des Weges angekommen, weil große, große Herausforderungen nach wie vor anstehen.